Und zum Schluss der Sendung zeigen wir Ihnen noch ganz kurz eine der ungewöhnlichsten Live-Übertragungen der Welt. Diese Bilder hier hinter mir sind zurzeit rund um die Uhr auf der Webseite des US-Senders C-SPAN zu sehen. Es sind Live-Aufnahmen aus der Lobby des Trump-Towers in New York, auf denen Sie verfolgen können, wer dort den künftigen US-Präsidenten Trump für Bewerbungsgespräche in seinem Penthouse besucht oder wer in eines der anderen 55 Stockwerke fährt. Sie können aber natürlich auch was Sinnvolleres machen und ORF schauen.